einen wunderschönen guten tag liebe sports freunde ja wir haben uns mal zu einem etwas spontaneren video entschieden und zwar haben der gute doan und ich seines zeichens streamer bei taste of games auf twitch haben wir uns mal entschieden für eine spontane runde rocket league eins gegen eins ja er wollte ja unbedingt die herausforderung annehmen mich noch einmal zu dem es mal zu besiegen ja und ihr werdet gleich ein schönes best of dazu zu diesem match sehen und mit den schönsten zählen den schönsten patzern das kann es ist wirklich sehr lustig geworden wie das sich noch im laufe des matches entwickelt hat und wie es schlussendlich ausgegangen ist das seht ihr jetzt gleich also viel spaß damit dann lade ich mal ein und da ist ja der verlierer hey ich hab so knapp 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 nicht schlecht gekonnt eingefädelt ich lerne schnell gut naja ich merks grad ich bin schon silber silber ja what the fuck also hast du kein hobby oder sowas hallo ich hab nur ein paar stunden gespielt aber ich hab fast alle spiele gewonnen haha ich bin bei doppel silber glaube ich bei one on one hey was du kannst doch den don nicht einfach so zerstören was denkst du was ich mit dem don alles machen kann hallo geh bitte nicht ins detail vielleicht wollen das die zuschauer ja welche zuschauer denn hallo 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 das ist unfassbar das war natürlich geplant ja total oh ist sich dein ernst hallo hallo oh gott ist das dumm ist das dumm guck es dir an mach doch einfach gar nichts Ja, da gebe ich dir auch noch einen Pass, ey. Ja. Dreckspiel. Weg da. Alter, bin ich blöd. Weißt du, warum fällst du sowas rein? Ohne Scheiß. Du hast immer so deine Kunti-Moves. Das ist wie bei Dissjam, Alter. Ja. Ich habe halt schon mein Rezept, sage ich mal. Ja, das macht dich total unsympathisch. Och, das höre ich öfters. Ich bin ja auch nicht in dem Spiel, um mir Freunde zu machen. Ja, ja. So machst du ja auch keine. Nee, mache ich. Das ist auch nicht meine Absicht. Ich möchte ja Gegner haben. Puh. Nein. Ja. Scheiß Dreck. Geil, Lomado. Dein Glück. Alles nur Luck. So. Nee, ist klar. Das ist die Rache. Weißt du, du hast auch, du bist wirklich so ein Lucky Typ, Alter. Nö. Ich bin ein geübter Lucky Typ. Das nennt man den Lucky Strike. Oh Gott. Oh, leck mich doch. Wow. Junge. Komm auf den Boden der Tatsachen. Ja, wollte ich jetzt auch sagen. Scheiße. Boah. Digga. Sehr gut gerettet. Ja. Ich bin nicht nur aufgewärmt, ich bin hot. Weg mit dir. Jetzt ist Schluss mit lustig. Bam. Yeah. So. Und so wird es jetzt intakt laufen, mein Lieber. Meinst du? Ja. Ich habe gestern jemanden 15 zu 1 gewonnen. Pff. Das muss aber ein ganz schön krasser Noob gewesen sein. Oh, ich glaube ja. Der hat sich auch gewundert. Ich glaube, danach hat er seinen Controller weggepackt. Und dachte sich, ich spiele nie wieder. Ah, fuck. Das ist noch schlimmer als ein CSGO mittlerweile. Nee, muss ich ja erst eindringen. Oh, danke. Pff. Alter. Geht doch nicht rein. Was machst du da? Ach, diese fucking Ballkontrolle manchmal. Wow. Nochmal. Ach, Alter. 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 Das ist doch unfassbar. Aber das gibt es doch nicht. Kunti, ich habe es mir zu meinem Lebensziel gemacht. In allem besser zu sein als du. Du musst aber in Sachen CSGO aber noch fleißig üben. Nee, da bin ich auch besser als du. Ich liebe mein Doppelkind. Ich lebe mein Doppelkind. Ich will dich suchen, ich will dich finden und ich will dich töten. So, geht doch. Ich hab dich auch noch reingeschossen. Echt? Dein Wagen, ja, ja. Oder? Gegen dich bin ich gerade gekommen. Ja. Ach ja. Lol. Alter, was ich da am Zaubern bin, ey. Guck mal. Und ich komm nicht hinterher. So, eine Fresse. Na gut, dann schalte ich mal jetzt das Monitor an. Scheint ja irgendwas zu passieren. Schalte ich jetzt mal meinen Monitor an? Ja. Wäre nicht schlecht. Na warte, ich find die Fernbedienung nicht. Es ist der Powerknopf, ne? Meistens der rote. Ey, Digga. Ich nehm gerade den Satz, ich steig dir aufs Dach ein bisschen wörtlich. Oh Gott. Junge. Das gibt's doch nicht! Was ist da los? Ey, hör auf mich an uns zu zerstören, Alter. Bist du blöd? Oh, so ein bisschen. Bist du blöd oder was? Ja, ne? Meiner. Hehe. Komm schon. Yes. Oh, f***. Strike, Baby. So, mach mal das. Sehr schön. Okay, das ist, also die Runde geht auf jeden Fall auf mich. Nein. Ich lass dich nicht. Boah, vorbei. Yes. Nein, ey, f***. Habt ihr das gesehen? Zweimal über das Auto. Zweimal. Zweimal. Zweimal, motherfucker. Guckt euch das an. Da, bam. Es wird zu langsam, Leute. Auch wenn jetzt kein Chat in der Nähe ist, aber schreibt mal bitte alle Energie in den Chat. Moment. Energie, ey. Ich zeig dir Energie, wenn wir uns mal live sehen. Pfff. Oh. Moment. Muss man... Au. Da. Ja. Ja, ja. Ich kenn den Dude. Wenn wir uns live sehen, dann ist er total zierlich und nett. Ja, ja, ja. Sehr gut. Scheiße. Danke, dass du mir geholfen hast. Dankeschön, danke. Ich weiß ja, dieses dumme, verfickte Spiel, ehrlich. Das tut unserer Freundschaft überhaupt nicht gut. Welche Freundschaft? Ja. Die Freundschaft, die es vor zehn Minuten noch gab. Oh mein Gott, ey. Ja. Wie habe ich die ersten zwei Spiele gewonnen? Kannst du mir das mal sagen? Das frage ich mich auch. Ja, ich gebe es zu. Ich wollte dich ihm glauben lassen, dass du geübter jetzt bist durch deinen Silberrang und so, dass du ein bisschen mehr Motivation hast, aber... Alles klar. Ich wollte dich jetzt... Ich weiß, woran das liegt. Aber so auf den zweiten Punkt, da dachte ich mir, nee komm, jetzt musst du dein wahres Gesicht zeigen. Da bist du doch mehr das Arschloch. Das liegt an der scheiß Map. Ja, ist klar. Und an meiner Fernbedienung. Der Monitor ist immer noch raus. Hast du den Power-Knopf immer noch nicht gefunden? Nein. Ja, inkompetent bis zum Gehtnichtmehr. Das ist wieder so typisch, ey. Weißt du, er kann ein Handy knacken, aber find doch nicht mal den Power-Knopf. Ich kann kein Handys knacken, was sagt das? Oh fuck, das haben wir jetzt auf dem Kanal. Ich kann auch nicht in PCs hängen. Oh! Nein! War gut gedacht! Ich hab keinen Boost! Boop! Boah! Boah! Bob! Boah! Nix da Bob. Hat sich ausgebobbt. Kennst du noch den Song von Hansen, hm, Bob? Ey, hast du Bob der Streuner gesehen? Kennst du was mit Bob und Bill Murray? Nee, aber jetzt ehrlich, hast du Bob der Streuner mal gesehen? Dieser Katzenfilm da, oder? Ja, aber der ist mega alter. Mir hat der voll gefallen. Ich hatte sogar ein bisschen Pipi in den da unten. Okay. 2-2. So, entscheidend Spiel. Jetzt. Fängt jetzt an. Ich wollte es als spannender gestalten. Ihr wisst ja, ich bin ein kreativer Mensch, ne? Und deshalb. Und jetzt werde ich ihn natürlich zerstören. Auf seinem eigenen Kanal. Seht ihr das, Leute? Seht ihr das? Du wirst es nachher später erst im Video sehen, aber... Was denn? Das wirst du dann sehen. Ja, ist klar. Poing. Wie schon gesagt, ich wollte es als spannender gestalten. Ist ja nicht so, als ob ich die spielen könnte. Immer diese Lacker. Oh. Was? Was? Warum muss das immer so spannend sein? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wieder Blödsinn gemacht. Ich hänge in deinem Tor fest. Ja, da gehörst du auch hin. In die... In die Eckbank. Ja, aber mit dem Ball. Ja, aber mit dem Ball. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin so böse. Gib mir den Ball. Gib mir den Ball. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich kann nicht mehr. Ich freue. Ich mich freue. Das ist so schön. Und selbst wenn ich jetzt verliere, ich bleibe trotzdem der Sieger der Herzen. Absolut nicht. Ich kriege ein Lackfleisch. Scheiße. Oh Gott. Das ist meine. Scheiße. Scheiße. Was läuft hier ab, ey? Ich kann nicht mehr. Das ist unfassbar, ey. Das ist der scheiß Kultivirus. Oh Gott. Alter, was ist hier los? Ey. Kutti. Alter, was passiert hier gerade? Ich habe keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall kein normales Match. Ich habe nicht ohne Scheiß. Schon wieder. Ich mache noch nicht. Schon wieder. Das gibt es nicht, ey. Einmalig. Was ein Glück nehme ich das auf. Das ist die Fortsetzung zum Mafia Video. Ja, Mann. Nur besser. Scheiße. Komm, den gönne ich dir. Ach, wie großzügig. Ich habe das Gefühl, wenn du einen Lachflash hast, machst du noch mehr Tore als ohnehin schon. Ja. Scheiße. Ne, guck mal, jetzt bin ich wieder total unkonzentriert. Ich muss weiter lachen. Bitte nicht, Alter. Dazu muss ich mitmachen. Das ist deine Waffe, ey. Du bist dir der heimliche Joker. Ja, so habe ich gewirkt, oder? Boah, ich weine, ehrlich. Ich habe Tränen in den Augen gerade. Ja. Ich kann sie nicht wegwischen. Äh. Hallo? Hallo? Oh, der war geil. Andere Seite. Nächster. Uff, was da? Oh. Oh. Oh Gott. Alter. Wow. Unfassbar. Ja, ich glaube, ich habe unseren Wettkampf gewonnen, ne? Unfassbar. Oh Gott. Oh Gott. Mir fällt dazu echt nichts mehr ein. Ne, ich bin gerade auch extrem erschöpft vom ganzen Lachen. Ach, du auch? Ne. War nicht schlecht. Solange so das Lachen ist. Wir können gerne noch ein paar Spaßrunden machen, wenn du willst. Ach so. Ach. Dann lass uns zu zweit zocken gegen andere. Äh, ja. Äh, kleinen Moment. Also Leute. Ihr habt es gesehen. Ich habe jetzt mal ausnahmsweise mal verloren. Passiert nicht oft, aber... In your face, bitch. Ja, ab und zu mal passiert es. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. War mal so eine spontane Aktion, aber ich denke mal, die spontanen Sachen sind immer noch die besten. Auf jeden Fall. Haben wir noch gesehen. Ihr versteht auf jeden Fall. Habt noch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.